Hey ihr Lieben, ich bin's. Ich zeige euch in dieser Anleitung, wie ihr bei TikTok eure Stimme verändern könnt bzw. verzerren könnt, sodass man sie nicht wieder erkennt. Dazu müssen wir erstmal jetzt ein Video aufnehmen. Das mache ich jetzt einmal kurz. So, das Video ist aufgenommen. Jetzt gehe ich hier auf den Haken für OK. Und im nächsten Schritt kann ich jetzt die Effekte wählen. Dafür gehe ich hier einmal ein bisschen nach unten und habe hier den Punkt Stimme. Dort einmal drauf gehen. Und hier haben wir jetzt die ganzen Effekte, in die wir das hier entsprechend einstellen können. Wir können ja auch zwischen verschiedenen Themenbereichen wählen. Und ich kann jetzt zum Beispiel meine Stimme klingen lassen wie so ein Hamster. Einfach hier drauf. Ja, da könnt ihr sehen. Jetzt noch speichern. Und dann ist das Ganze entsprechend abgeschlossen. Ich hoffe, das Video hilft euch. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer Mac Pavaric.